Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Lindhochfein Pralinen 4,99 Euro. Schweinenacken 5,39 Euro. Dallmeier Prodomo 4,49 Euro. Hofmeier Bockwurst 5,99 Euro. Nestlé Cere Alien 2,22 Euro. Mutti Passierte Tomaten 3,29 Euro. Professional Stierpfanne 21,99 Euro. 5 kg Orangen 5,99 Euro. 125 g Heidelbeeren 1,49 Euro. 250 g Erdbeeren 2,49 Euro. Honigmelone 1,99 Euro. Tomaten 500 g Schale, Kopfsalat, Spitzpaprika rot 4,00 Euro. 400 g Champignons Weiß 1,49 Euro. Blumenkohl 2,99 Euro. Speisekartoffeln 2,49 Euro. 2 x 500 g Walnüsse 5,00 Euro. 2 x 500 g Bio rote Beete 2,50 Euro. 2 x 500 g Suppengemüse 2,00 Euro. 2 x 125 g Driskolz Himbeeren 3,50 Euro. Sonntagsaufschnitt 2,79 Euro. Enten oder Gänsebrust 1,99 Euro. Bayerischer Ofen Leberkäse 2,79 Euro. Wildmann Salami Sortiment 1,19 Euro. Suppenfleisch vom Rind 4,59 Euro. Kasseler Minutensteak 3,19 Euro. Bayerische Putenunterkeule 3,79 Euro. Hähnchenschenkel 3,69 Euro. Pasta im Glas 6,99 Euro. Spargelspitzen 1,99 Euro. Fleischsalat 99 Cent. Lachsrückenfilet 3,19 Euro. Steinofenbarget 99 Cent. Schokolierte Ananas oder Mango 2,49 Euro. Creme Brûlée 1,69 Euro. Wildlachsfilet mit Topping 3,99 Euro. Raclette Scheiben 1,79 Euro. Prosciutto daipama 2,49 Euro. Bio Attaquot vom Rind 1,99 Euro. Baria Collizione Pasta 1,79 Euro. Gänsebrustfilet 7,99 Euro. Chibo Feine Milde 11,98 Euro. Jakobs Cappuccino 2,79 Euro. Weihnachtsdie Geschenkset 5,99 Euro. Nesquik Kakaopulver 1,79 Euro. Penninger Blutwurz 13,99 Euro. The Kraken Black Spiced 19,99 Euro. Tanqueray London 3 Gin 15,99 Euro. Johnny Walker Red Label 9,99 Euro. Zeus Uso 6,99 Euro. Amaro Rizzotelli 5,99 Euro. Straight Bourbon Whisky 8,99 Euro. Meisterschütz Kräuterlikör 5,99 Euro. Edelstahl Kochtopf 12,99 Euro. Hochraum oder Servierpfanne 19,99 Euro. Starr Heißluft Fritteuse 39,99 Euro. Geschirr Service 29,99 Euro. Nieroster Haushaltsmesser 2,99 Euro. Akazienholzbrät groß oder klein 7,99 Euro. Aluguss Aromabräter 29,99 Euro. Wasserkaraffe oder Gläser 9,99 Euro. Iglo Apfel Rotkohl 1,99 Euro. Hafermast Gans 5,99 Euro. Dr. Oetker Bistro Baguettes 1,49 Euro. Vegane Weihnachtsnuggets 2,49 Euro. Mini Babybell 2,49 Euro. Hilkona Pasta Originale 2,49 Euro. Müller Reine Buttermilch 55,00 Euro. 4 x 1 Liter Bio Frische Milch 4,00 Euro. Amicelli Twin Pack 3,29 Euro. Rittersport Bunte Vielfalt 88,00 Euro. Ferrero Die Besten 5,99 Euro. Katjes Family Fruchtgummi 79,00 Euro. Freibiskuit Trofino Schweizer Gebäck 1,99 Euro. Loacker Maxi Waffeln 1,99 Euro. Gaber Linzer Gebäck 2,29 Euro. Leibniz Kekse 1,11 Euro. Thomas Henry 1,29 Euro. Arizona Fruchtsaft Getränk Cowboy Cocktail 1,59 Euro. Granini Die Limo 1,29 Euro. Vitrex Natürliches Mineralwasser 2,99 Euro. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.